Die Dirk Kaiser Haustechnik und Massivbau GmbH Reppenstedt ist seit 1991 als Installationsbetrieb und Bauträger tätig. Seit nunmehr zwölf Jahren liegt der Schwerpunkt der Arbeit von Dirk Kaiser und seiner fünf Mann starken Mannschaft in der Modernisierung von Bädern. Das Team hat sich in Sachen Barrierefreiheit spezialisiert. Dabei geht es häufig auch um altengerechte Badinstallationen und die Berücksichtigung von körperlicher Behinderung bei den Nutzern. Mit einer speziell entwickelten, um 180 Grad schwenkbaren Duschanlage erhält jedes Bad ca. 1,5 Quadratmeter mehr Bewegungsfläche. Bei Nichtbenutzung wird die Duschanlage einfach an die Wand zurückgeklappt. Es kann im Sitzen oder im Stehen geduscht werden. Eine eventuelle Pflegekraft kann die Anlage von vorn bedienen, ohne nass zu werden. Der Umlenkadapter gestattet die Montage von Stützklappgriffen in jeder beliebigen Ecke des Bades und erhöht den Bedienkomfort für körperlich eingeschränkte Nutzer. Auch das Produkt Turnaround, ein Bad aufgeteilt in drei bis vier verschiedene Segmente und auf einer Drehscheibe installiert, ist in den Boden eingelassen und somit barrierefrei zugänglich. Per Knopfdruck wird das gewünschte Segment herangefahren, das durch zwei Glastüren vom Gesamtraum getrennt ist und daher eine Raum-in-Raum-Lösung darstellt. Das Mini-Bad kann je nach Anordnung der Zimmer in bis zu vier Räumen gleichzeitig genutzt werden. Das Produkt wurde in Zusammenarbeit mit der Leuphaner Universität Lüneburg entwickelt. Herzlichen Glückwunsch Dirk Kaiser zum Handwerkspreis Generationenfreundlicher Betrieb 2014